Hi, ich bin's. Kennt mich ja. Willkommen erstmal. Ich weiß, das hört sich bescheuert an, aber wie ihr seht, sind wir gerade im Wald mit einem neuen Model. Nicht immer meine Freundin, die schon seit einem Jahr genervt davon ist. Und das Model kriegt sich einfach die ganze Zeit schon nicht ein beim Lachen. Aber ihr könnt ja einfach mal über die Schulter schauen. Mal gucken, was rauskommt. Die Bilder zeige ich euch dann erst später. Ja, das ist doch mal schön. Das ist doch mal richtig schön. Ja, das fühlt mir das wie ein Grinsen gerade richtig. Dieses freche Grinsen. Da kommt doch viel noch mehr hin. Siehst du Gritter? Ich wollte Wissens gucken. Ich kann nicht grinsen. Ich war auch nur... Wissens wollte ich einfach nur ärgern. Kannst du auf ihn kommen oder nur so verschlafen? Jetzt hat sie einen Grund da. Falls ihr euch wundert, was für ein Thema wir machen. Sagen wir es mal so, eine Art Liebeskummer, wo sie gerade ein Herz zerstechen darf. Ja, und das wird... Langsam kriege ich Angst vor ihr. Weil sie, glaub ich, leicht genervt von mir ist. Ja, das ist aber gut. Das ist aber gut geworden. Ich weiß nicht, dass das Herd gleich aus dem Baum sitzt. Ja, dann sieht das aus. Hi. Sieht nicht so nett aus. Ja, dann musst du mal.